Hi, ich bin Marielle, ich mache meine Ausbildung zur Industriekauffrau bei Herzog. Die Ausbildung geht über drei Jahre und man besucht einmal in der Woche die BWS Haarento. Man lernt alles, vom Einkauf der Materialien bis zum Verkauf der fertigen Maschine. Besonders gut bei Herzog gefällt mir die Arbeitsatmosphäre und dass man immer ein Team hat, das hinter einem steht.